Hier sehen Sie das Melia Alcutia, direkt am Strand, hinten da ist direkt der Hafen, hier die Altstadt und hier geht es zum Schloss, super, super schön, der ist echt raumhaft schön und geht bis ganz hin da, der ist echt raumhaft, da ist viel los hier am Strand, einfach nur toll. Hier sehen Sie das Mal.